Hey hallo hallo, es ist ein wunderschöner Frühlingstag, und ja, ich glaube, es ist ziemlich der erste Frühlingstag jetzt da heuer, und es geht um die Radklamm, und ich nehme jetzt ein bisschen mit auf einen Spaziergang, das ist so ein bisschen grün, schön und sommer schön, yes, viel Spaß. Hey, und natürlich hast du auch schon die Videos gesehen vom Herbst und vom Winter, ja, ja, spazieren, spazieren, natürlich hast du auch schon die Videos gesehen vom Herbst und vom Winter, und ja, diesmal nehme ich dich im Frühling wieder, klar, es ist so schön. Bis zum nächsten Mal. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020